Simonsmölle Oh, hier haben es gleich zweisprachig damit ich zu kann, dann kann ich das auch verstehen In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen, aufgreifen Kölinti Jetzt rechts abbiegen Ah, junge Ladies fahren hier Hier fährt es nur über Lärm In 300 Metern links abbiegen, auf Lentinen-Walkoisen-Welt-Hinti Da haben sie ja eigentlich schon Moscheen Auch mal gucken, vor allem erst noch mal eine andere Ecke In 50 Metern links abbiegen Moscheen brauchen sie auch bald In 600 Metern rechts abbiegen In 600 Metern rechts abbiegen Genau, das ist ein Superburger In 300 Metern rechts abbiegen, auf der Ecke Kölinti Das sieht ja schon ein bisschen Zwiebelturm und so auslöschen Das ist nicht beeinflusst Jetzt rechts abbiegen In 500 Metern rechts abbiegen In 500 Metern rechts abbiegen Dann haben sie ihr Zwischenziel erreicht Hier sind wir an der Baustelle und hier sind die jungen Ladies Da ist es noch eine Feuchung Da hinterher Da kriegen sie neue Seelandschlüssel Da wird sie nicht mehr einfach auf dem Ei mehr müssen Das sieht dann auch aus dem Süden Kepaabiet Da haben sie auch keine Akgebiet Oder haben sie auch einen In 300 Metern Rechtshabe biegen auf den Kurilanti, dann haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Das ist auch hier ein Ziel von Tourismus, viele Afrikaner sind hier und machen Urlaub mit Kindern und sowas alles. Alles klar, machen schönen Urlaub. Jetzt leichtes abbiegen. Das ist nicht nur so, dass Deutsche so wie ich kommen, sondern auch Afrikaner machen so schönen Urlaub in Helsinki. So rechts. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht, das Zwischenziel liegt links. So rechts. Über die Tür raus. In einem Kilometer ist es abbiegen. So rechts. 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 Ich habe auch viel Kraft, ich habe auch viel Kraft. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR